Die goldenen 1920er Jahre. Auf seinen ersten Tourneen durch die USA erlebte Marcel Dubré ein Land, das sich im wirtschaftlichen Rausch befand. Technische Innovationen prägten den Alltag. Die florierende Börse vermittelte den Menschen ein Gefühl von unendlichen Möglichkeiten. Leicht ließen sich extravagante Träume dank einfacher Kredite erfüllen. Der Paukenschlag, der am Ende des Jahrzehnts zu tiefen Einschnitten führen sollte, war weit weg und damals unvorstellbar. Kunst und Kultur erlebten eine Hochzeit. Schauplatz für klassische Konzerte waren unter anderem die modernen Tempel des Erfolgs, die Kaufhäuser. John Wanamaker und sein Sohn Rodman gehörten zu den erfolgreichsten Kaufleuten dieser Zeit. In ihren Kaufhäusern in New York und Philadelphia musizierten Persönlichkeiten wie Richard Strauss oder Leopold Stokowski vor Tausenden Zuhörern. Im Auditorium bzw. im Grand Court der Kaufhäuser wurden gigantische Orgel installiert, die über mehrere Stockwerke verteilt waren. Viele dieser Kaufhäuser leisteten sich einen Vollzeitmusikdirektor. Einer von ihnen war Albert Russell. Er reiste 1920 gewissermaßen als Talentscout nach Europa und engagierte Marcel Dubré. Die beiden hatten einen gemeinsamen Lehrer, Charles-Marie Vidor. Der hat seinen Meisterschüler Dubré sicher wärmstens empfohlen. Schließlich erlebte Dubré sein Amerika-Debüt im New Yorker Wanamaker Store am 18. November 1921. Dies war der Auftakt zu seiner ersten Tournee durch Amerika mit knapp 100 Konzerten, bei denen er jeweils vor Tausenden Zuhörern spielte. Well, there's always been a fascination in America, I think, with European culture, because it's the root of a lot of American culture. There's always that sort of, in the DNA, there's a hankering after the real thing. Dubré was built up as the greatest organist in Europe, and the biggest Covei Kohl organ in Europe, and he'd been an organist at Notre Dame, you know, and he played the Bach works from memory, and so on. Dubré was this figure of fascination. We have to remember that it was the age of the circus. People liked the extraordinary. They liked seeing exotic animals, you know, King Kong, all these kind of bizarre things, because we didn't have TV, we didn't have internet. These, you know, the relatively mundane sort of life was enlivened by something special. But I also think that people like Dubré and Rachmaninoff, they scored heavily here, because of course they just preceded the age of the gramophone record. That was in its infancy in the 1920s. So the only way you got your music was through live performance. Dubré was fasciniert von der Lebenswelt der Amerikaner. Schicke Autos rollten durch die Straßen, Wolkenkratzer begannen die Silhouetten der Metropolen zu prägen, Leuchtreklamen an den Fassaden machten die Nacht zum Tag, junge Frauen schminkten sich, trugen ihre Haare kurz und rauchten in der Öffentlichkeit. Beim ersten Besuch des Warner Maker Stores in Philadelphia mussten ihm die Augen übergegangen sein. Ausstellungsvitrinen aus teurem Glas und Holz, Kerzenleuchter, reich verzierte Teppiche und Böden aus Marmor mit Mahagoni und Eichenholz ausgestattete Büros. Und dann die Orgel mit ihren Registerwippen und Prospektpfeifen aus Elfenbein und Gold. Seine Frau Jeanne, die ihn später auf seine Amerika-Tourneen begleitete, wurde ihm eine wichtige Stütze bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Ma grandmère lui a consacré absolument toute sa vie. Elle était, je pourrais dire, l'amiral du navire Dupré. Elle était gracieuse, mais un peu autoritaire. Et je dois dire qu'elle l'a déchargé de toutes les contingences materielles, pour qu'il puisse se consacrer à sa musique. Et puis elle avait un atout pour lui exceptionnel, c'est qu'elle maîtrisait parfaitement l'anglais. Donc c'était très confortable pour lui, quand il n'avait pas envie de parler, ma grandmère parlait à sa place. Seine mangelnden Englischkenntnisse konnte Dupré mit seinem Charme überspielen. Er nutzte die Zeit während der stundenlangen Fahrten quer durch Amerika in den mit Sand und Messing ausgestatteten Pullman-Eisenbahn-Waggons, um Englisch zu lernen. Er verbrachte viel Zeit in diesen Zügen, denn schließlich spielte er beinahe jeden Abend in einer anderen Stadt ein Konzert. Il a énormément voyagé, il a donné énormément de concerts. Et le gros problème qu'il avait, c'était d'avoir le mal des transports. En bateau, dans les avions. Et à l'époque, dans les années 1920-1930, les moyens de transport n'étaient pas du tout ceux qu'on nous avait aujourd'hui. Donc c'était toujours un problème. Il nous racontait ses tournées, bien évidemment. Et j'avais l'impression d'un rythme absolument effréné. Il quittait la salle de concert le soir pour filer à la gare. Il voyageait de nuit en train. Le lendemain, il allait voir la salle de concert et observer la orgue. Après le concert, il repartait. Donc c'était un rythme quand même très très soutenu. Il fallait qu'il ait une santé de faire pour pouvoir supporter tout cela. Das Tempo seiner Konzertreisen sollte sich noch erhöhen, als 1926 zum Professor am Pariser Konservatorium ernannt wurde. Mit dieser Ernennung musste er sich dazu verpflichten, nur noch alle vier Jahre für die Dauer von drei Monaten in den USA zu konzertieren. Dadurch erhöhte sich der Druck, in komprimierter Zeit, die unglaubliche Flute an Konzertanfragen zu bewältigen. Einen Eindruck von der Geschäftigkeit seiner Reisen und die damit einhergehende Blastung hat Dupré in seinen Memoiren festgehalten. Darin berichtet er von einer Australien-USA-Tournee 1939. Das war's. 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 Bevor Dupré zum ersten Mal nach Amerika reiste, gab ihm Vidor den Rat, er soll in Amerika so viel verdienen, dass er unabhängig werden konnte, was ihm auch gelingen sollte. Allein zwischen 1922 und 1925 spielte Dupré in Amerika 247 Konzerte. Seine Gage pro Konzert lag zwischen 350 und 400 Dollar, was heute in etwa 5000 Euro pro Konzert entspricht. Nach heutiger Umrechnung verdiente er allein in diesen drei Jahren rund 1,4 Millionen Dollar, also rund 1,2 Millionen Euro. Und das schließt seine Konzerte in Europa oder etwa seine jährlichen Konzerte in England noch gar nicht mit ein. Seine Konzertprogramme waren voll und ganz auf das amerikanische Publikum zugeschnitten. Einerseits wollte er als Virtuos und Improvisator beeindrucken, andererseits sich als Komponist etablieren. So trifft man auf den Programmzetteln effektvolle, unterhaltsame Stücke wie die Konzertavortüre von James Rogers, neben seinen musikalisch vielleicht elevativsten Werken wie der Deuxième Symphonie. Er war er in den letzten Jahren hier und er war er in den Musik hier und es war einfach so, wie er die Komponist der Komponist zu sein. Ich denke, es ist interessant, dass James Rogers, das Konzert Overture in B-minor, ist eigentlich ein guter Stück. Es ist sehr anglo, in der wie Alfred Hollins ist, oder C.V. Stanford. Ich bin sicher, dass er nur gesagt hat, ich bin in Amerika, hier ist ein französer Mann, zu spielen amerikanische Musik. Ich bin sicher, dass er nur gesagt hat, ich bin in Amerika, hier ist ein französer Mann. Ich bin sicher, dass er nur gesagt hat, ich bin in Amerika, hier ist ein französer Mann. Ich bin sicher, dass er nur gesagt hat, ich bin in Amerika, hier ist ein französer Mann. Ich bin sicher, dass er nur gesagt hat, ich bin in Amerika, hier ist ein französer Mann. Ich bin sicher, dass er nur gesagt hat, ich bin in Amerika, hier ist ein französer Mann. Ich bin sicher, dass er nur gesagt hat, ich bin in Amerika, hier ist ein französer Mann. Die Musik dieser Episode finden Sie übrigens in voller Länge auf unserer Website unter der Episode Nummer 7. Die technischen und klanglichen Möglichkeiten der amerikanischen Orgel eröffneten ihm einen ganz neuen Horizont und entfesselten in ihm neue kompositorische Vorstellungen. Wenn man seine amerikanischen Konzertprogramme sieht, dann fällt auf, dass er fast immer ein eigenes neues Stück programmiert. Aber er weiß das ganz geschickt auch mit anderen Stücken zu verbinden. Also es ist nicht nur ein neues Stück von Dupré und andere moderne Stücke. Er hat dann daneben auch sehr populäre Stücke aus dem Orgel-Repertoire gespielt. Und so ist das Gleichgewicht dann doch entstanden im Programm. Und er wusste auch genau, was das Publikum verlangt von ihm. Ich denke, dass die Leute auch dann sehr begeistert waren, dass der große Dupré sein eigenes Stück spielte. Und dass das auch für die Akzeptanz dann mitgeholfen hat. Die Deuxième Symphonie ist ein Meisterwerk Duprés und steht für einen stilistischen Neuanfang. Er komponierte sie für seine fünfte Amerika-Tournee 1929 und spielte die Uraufführung am 30. September im New Yorker Wanamaker Auditorium. Er ist ein Meisterwerk Dupferd. Er ist ein Meisterwerk Dupferd. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Denkt man zurück an die impressionistischen Chorwerke und Lieder der ersten Episoden von DuBret Digital, so ist der Sprung in der Tonalität gewaltig. Leider finden sich nur wenige Berichte über Publikumsreaktionen zur Aufführung von DuBrets Eigenkompositionen. Eine Rezension der Notenausgabe verrät aber, dass die neuartigen Klänge zumindest überraschend für das Publikum waren. Der Rezension schreibt, dass die Dissonanzen zu andauernd seien und dass das Werk zu wenig Entspannungsmomente für Spieler und Zuhörer bereit halten würde. What I think is really interesting, of course, about the Desium Symphony is how close to Stravinsky in terms of its sound world, but its structure and the block-like and non-developmental style of writing. That was a kind of revolutionary work in so many ways, and it was new territory. And in so many ways, it was the furthest that DuBret ever went in terms of innovation, harmonically, structurally. You know, it's as if he withdrew backwards after that and became more conservative with his writing after the second symphony. Untertitelung des ZDF, 2020 Amen. 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 Amen.